Ehrlich, Mädchen sind nichts für mich. Stell dir mal vor, ich würde mich in ein Mädchen verlieben, Lillebror. Sieh mal, was ich gefunden hab. Hi. Hallo. Knärten traut sich. Es war Sommer, als ich den Stock meines Lebens traf. Aber dann ist so viel passiert, um das Lillebror und ich uns erst mal kümmern mussten. Knärten! Ja? Ein Auto hat Mama angefahren. Das können wir nicht beweisen. Doch, der Blinker. Das Ding aus dem Straßengraben? Was für Menschen überfahren eine Mutter? Kennst du den Unterschied zwischen rechts und links? Wenn ich euch erwische! Jetzt glaubt er erst ein großer Detektiv. Aber ich hab doch einen Beweis. Lillebror! Polizei! Hallo? Hier kommen Lillebror und Knärten! Juhu! Lillebror! Sieh immer noch vor! Ist ganz schön anstrengend, ein Detektiv. Und gleichzeitig verliebt zu sein. Sie haben mich reingelegt. Woi! Du bist echt verrückt. Du glaubst, dass ich nur spiele, aber ich fliege wirklich. Woi! Hey, Lillebror! Ich trau mich, bald im Kino. Tja, und was machen wir jetzt so ganz ohne Waffeln? Ich trau mich. Ja, und's? Ja, ich trau mich also. Ich trau mich! Vielen Dank.